Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch von BH Cosmetics die It's My Ray Ray Palette verwenden. Also wenn du Bock auf ein bisschen Farbexplosion hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Töne in der Palette sehen schon mal richtig cool aus. Sowohl matte als auch schimmernde Töne. Die Swatches sehen deutlich heller aus, aber man sieht schon, dass sie eher so ein Stückchen mehr ins Dunkle geht, finde ich. Sehr, sehr aufregende Töne, sehr, sehr bunte Töne und es ist Sommer und ich liebe es im Sommer einfach kunterbunt auszusehen. Ich mag es richtig gerne und ja, das werden wir jetzt einfach mal zusammen machen. Alles, was ich im Vorfeld schon auf dem Gesicht aufgetragen habe, werde ich dir unten in der Infobox verlinken und auch die Palette, die ist jetzt gerade jetzt in diesem Moment, als ich das Video drehe, um 50% reduziert. Das heißt, die kostet 8,75 dann bei BH Cosmetics selber und die hat einen schönen Spiegel mit dabei und wir starten jetzt einfach mal. Da ich meine Lieder bereits gesettet habe mit einem, ja, also erstmal habe ich einen Lidschatten Primer drauf gemacht und dann habe ich die mit einem Puder gesettet, brauche ich auch keinen Settington. Den hätte ich auch gar nicht in dieser Palette, weil es einfach so bunt ist. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Richtig cool. Ich habe irgendwie Lust, heute mit diesem gelben Ton anzufangen. Ich weiß nicht, warum, aber ich werde es tun. BH Cosmetics hat ja wirklich eine krass gute Qualität und ein 1A-Preis-Leistungsverhältnis. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Da bin ich immer wieder begeistert, weil jedem Mal, wo ich eine neue Lidschattenpalette von BH Cosmetics mir kaufe und sie dann auch entsprechend verwende, weil ich mir einfach denke, wie kriegen die das bloß hin, so eine gute Qualität immer zu machen. Der Ton heißt übrigens Canary. Ich mache mir den Canarienvogel auf die Augen. Ja, ich weiß es echt nicht, wie das machbar ist, aber sie machen es und sie machen es sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen was Verrücktes vor. Jo, doch. Das machen wir jetzt mal. Ja, 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 Idee. Okay. Und zwar nehme ich mir jetzt diesen dunkelgrünen Ton hier unten und den setze ich mir quasi bis zu meiner Pupille, wenn ich gerade gucke, in die Lidfalte. Oh, boah, ich habe es nur leicht berührt und schon direkt hier pigment. Der Ton heißt Ambitious. Ich bin ambitioniert. Ich mache damit auch schon hier oben so eine kleine Ecke und blende das auch so ein bisschen mit dem Gelb nochmal aus. Ja, das funktioniert besser, wenn man den Pointbrush nimmt, mit dem ich auch das Grün jetzt schon aufgetragen habe. Da lässt sich das einfach besser ineinander verarbeiten. Weil mit diesen leicht gebundenen Pinseln lässt sich dieser dunkle Ton so schlecht ausblenden. Aber das ist jetzt ja auch nur der Anfang des Ganzen. Nach unten enden arbeite ich ganz, ganz unsauber, weil da gleich eh eine Cutcrease drüber kommt. So, ich kann ja nachher noch nachbessern. Das ist jetzt ja auch erstmal nur der Erstauftrag. Sieht noch sehr, sehr fleckig aus. Ich nehme mir jetzt den Braunton hier, den Matten. Auch wieder mit dem Pointbrush, den ich hier übrigens in diesem Saubermach-Fee von BH Cosmetics, ne? Da mache ich mir den Pointbrush immer wieder sauber, um das Pigment abzunehmen. Der Farbton heißt Brick. Gehe ich auch wieder mit dem Pointbrush rein. Den setze ich daneben. Ziehe mir den so ein bisschen, ja, in den Innenwinkel auch so ein bisschen. Also quasi bis zum, nicht zum Innenwinkel, sondern zum Abschluss des Endes des Liedes. Irgendwie so. Ich lasse das Braun auch so ein bisschen hier noch mit in das Grün laufen, um da einen Übergang zu bekommen. Was ein bisschen nach Matschepampe aussieht. Aber, ich sage ja immer, wir müssen am Ende gucken, wie dann der Look aussieht. Aber, wenn man das so schon sieht, der Postbote kommt, kann man schon fast erahnen, wie der Look wird. Und der Postbote wird sich jetzt erschrecken. Der arme Hermesbote. Ja, okay. Ja, dann mache ich das auch noch auf der anderen Seite. So. Wir kümmern uns nachher noch um die Intensität des Grüns, weil das Grün ist bei mir tatsächlich sehr, sehr fleckig geworden. Ich werde mir jetzt mal eben eine Cutcrease ziehen. Mal eben, sagt sie. Mal eben. So sieht es sehr, sehr verrückt, aber gut aus, finde ich. Jetzt werde ich mir tatsächlich schimmerndes Grün in die Mitte geben und schimmerndes Orange nach außen hin. So der Plan. Das heißt, ich fange mit dem schimmernden Grün an, weil ich das ja nach innen gebe. Das ist dieses hier. Showgirl heißt das. Und da gehe ich mit so einem Lidschattenpinsel einfach rein. Genau. Und das kommt hier direkt auf die Cutcrease, in der Hoffnung, dass es auch schön haften bleibt. Denn die Farbe an sich kommt gut auf den Pinsel und die ist auch leicht krümmelig, weswegen ich eigentlich davon ausgegangen bin. Oh, leicht krümmelig. Scharf. Scharf. Dass es dann auch entsprechend haftet. Vorsichtig arbeiten und aufbauen, aber es geht. Und hier sehe ich ja auch genau, bis wohin ich dann mit dem Grün gehen kann. Spektakulär, Leute. Das ist so richtig schön metallisch, das Grün. Das gefällt mir schon mal richtig gut. So, dann mache ich den Pinsel auch wieder sauber. Und dann gehe ich... Ich habe zwei Optionen. Entweder nehme ich Top Notch oder Scarlet. Das sind diese beiden Schimmertöne. Also wirklich so ein Orange oder so ein Schimmerrot. Nach außen das Orange. Oh, das ist so schön Gold, ne? Nee, ich glaube, das nehme ich gleich als Topper. Aber das Rot gebe ich mir... Oh, ja. Wer schreibt mir denn da? Genau, das Rot gebe ich mir, glaube ich, jetzt nach außen. Das Orange. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist beides so schön. Das Rot. Und das Orange kommt dann quasi da drüber. Genau, also Scarlet. Scarlet krümmelt auch ein bisschen. Aber das liegt an der Schminktechnik. Fallout füge ich so einfach immer direkt weg, weil ansonsten kann sich das zu blöd festsetzen. Das wollen wir nicht. So, das sieht natürlich jetzt auch super dunkel aus und irgendwie bin ich mit dieser Cut Crease weiter nach außen gegangen, als mit dieser. Läuft bei mir. Aber das kriegen wir gleich noch hin. Ich nehme jetzt diesen Ton Top Notch, den wir eben schon hatten und den setze ich mir aber mit dem Finger genau auf mein Zentrum. Zum einen so als Übergang, zum anderen so als Highlight auf dem Augenlid. Da sieht man weniger von, als ich dachte. Um ehrlich zu sein. Ich intensiviere jetzt nochmal so ein bisschen diese mattentöne, die ich mir im Vorfeld aufgegeben habe. Sprich das grün außen und das braun-beige innen. Gleichzeitig versuche ich das auch noch ein bisschen schöner zu verblenden. So, und jetzt möchte ich gerne am unteren Wimpernkranz so ziemlich genau das wiederholen, was ich an mattentönen oben habe, nur umgekehrt. Sprich, in der Mitte grün und außen das braun. Mal gucken, ob das was wird. Ich werde das natürlich erstmal mit dem Gelb quasi grundieren. Weil das umrahmt ja auch oben alles. Dann nehme ich mir das braune Brick, was ich eben ja innen verwendet habe, setze das nach außen. Das blende ich mir dann auch ein bisschen hoch, dass es quasi hier dann auch irgendwann auf das Grün trifft. Und nach innen gebe ich mir dann das Grün, das Ambitious. Ich blende aber beides nochmal vorsichtig mit dem Gelb aus. Mag das eigentlich nicht, wenn ich meinen unteren Wimpernkranz so intensiv betone. Aber ich finde zu dem Look, ich meine, ich habe einfach mal Bock auf so ein bisschen Farbspiel gehabt, ne? Dann basteln das Wort das Spiel. Passt es einfach. So, in meinen Innenwinkel möchte ich mir jetzt gerne dieses Gold geben. Das heißt Golden Girl. Ja, es passt, weil ich habe außenrum dieses Gelb. Das ist so ein richtiges Goldgelb. Mega heftig schön. Ich muss aber gestehen, dass es normalerweise nicht unbedingt mein Cup of Inner Corner Highlight ist. Also das habe ich lieber etwas heller. Aber ich glaube, das ist so ziemlich der hellste Ton aus der Palette. Und es passt halt auch zum Look. Ich werde jetzt noch ein bisschen unter meinen Augen aufräumen, das ganze Fallout wegmachen. Dann ziehe ich mir einen Eyeliner und da kommt Mascara drauf und dann gucken wir uns mal den Look an, wie er fertig ist. Heftig mit Mascara und Eyeliner, oder? Also das macht den Look halt fertig, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt ein Look, wo ich sage, ja, den trage ich jetzt ganz normal im Alltag. Nein, also den habe ich jetzt auch für ein Insta-Bild geschminkt, um zu gucken, wie die Palette so performt und einfach, weil ich eine Idee hatte und die umsetzen wollte. Ganz vielleicht, wenn ich ganz wild drauf bin, kann ich mir vorstellen, den auch mal zu einer Party oder so zu tragen. Aber es ist nicht unbedingt so ein mega tragbarer Look. Aber egal. Was sage ich jetzt zu der Palette? Also ich finde sie definitiv dunkler als erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt auch nur die dunklen Farben gegriffen. Vielleicht ist es blau heller, vielleicht ist es lila heller. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt sie mir jetzt auf dem Auge mit dem Look dunkler vor, als ich das so erwartet hätte. Aber ich finde sie schon aufregend. Ich finde sie fancy und ich finde, dass man da schon was mit zaubern kann. Aber ist es eine Must-Have-Palette? Nicht unbedingt. Ne, also nö, nö, nö. Einfach nö. Und ja, das war jetzt auch mein Look. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!